Bis 2050 sollen laut dem Klimaübereinkommen von Paris die CO2-Emissionen um 80% gesenkt werden. Bei Bildern wie diesen scheint dieses Vorhaben noch in weiter Ferne zu sein. Unter dem Motto Morgenstundnutzer wissen, wie es gelingt, laden die Ingenieurbüros Oberösterreich zu einem Denkfrühstück ein. Wir haben in Oberösterreich ungefähr 1000 Ingenieurbüros mit 40 verschiedenen Fachrichtungen. Und das Thema Klimawandel, Dekarbonisierung, Energieeffizienz, mit dem sind viele unserer Ingenieurbüros jetzt schon beschäftigt. Neue Technologien sind das Gebot der Stunde. Einerseits gibt es im Verkehrsbereich schon viele Maßnahmen. Auf der anderen Seite wird aber Elektromobilität nicht der Weisheit letzter Schluss sein mit Batterien zu fahren, sondern denken Sie an LKW, da wird eine Batterie nicht ausreichen, um die bewegen zu können. Und da geht es dann in Richtung Wasserstoff, da geht es in Richtung E-Fuels, also wo man wirklich CO2-neutrale Treibstoffe macht. Also das Ganze sind viele, viele Moseriksteine, die uns hoffentlich in eine bessere Zukunft führen. Mittels Wasserstoff möchte man die Dekarbonisierung, also die Reduzierung von Kohlenstoff, vorantreiben. Die Herstellung von Wasserstoff erfordert allerdings ebenfalls einen CO2-lastigen Prozess. Mit dem EU-geförderten Leuchtturmprojekt Age2Future soll es gelingen, mit ökologischem Strom grünen Stahl zu erzeugen. Interessant war für mich vor allem, wenn dieser Umstieg erforderlich ist, wenn wir jetzt immer wieder hören von Klimawandel, Klimaumstieg, dass es diese Dekarbonisierung halt andere neue Herausforderungen auf uns mit sich bringt, enormer Strombedarf. Es ist möglicherweise kosteneffizienter, den Wasserstoff dort zu erzeugen, wo die Verfügbarkeit von erneuerbarer Energie gegeben ist, Wind, Solar, aber den Transport dann letztendlich über den Gasweg beschreitet. Und da könnte man natürlich auch bestehende Gasinfrastrukturen nützen, um sukzessive die Transformation Step by Step durchführen zu können. Kommen wir noch einmal zum Pariser Übereinkommen zurück. Ist eine derartige Senkung von CO2-Emissionen realistisch? Das ist der Plan. Die Frage wird sein, wie man es schafft, wettbewerbsfähig diese Industrie in Europa erhalten zu können. Und da ist natürlich die Politik gefragt, entsprechend auch die Unterstützung und industriepolitisches Verständnis aufzubringen. Aber der Weg wäre eigentlich vorgezeichnet. Der Weg ist also da. Jetzt gilt es diesen gemeinsam zu ebnen.